Sie hatten das Ding zu dritt geplant und durchgeführt. Als die zwei noch im Haus waren, ist der dritte mit den Diamanten verschwunden. Seither suchen sie ihn. Jeden Abend ziehen sie mit seinem Bild durch die Kneipen. Sowas hat Harry interessiert. Auf kuriose Weise gescheiterte Existenzen. An ihre Namen erinnern sie sich nicht mehr. Tut mir leid. Das dachte ich mir. Wieso kommen sie auf die Idee, dass ihr Freund umgebracht worden ist? Ja, vor ein paar Wochen kam er zu mir und erzählte, dass ein paar Jungs ihn aufgefordert hätten, an so einem Postzugding mitzumachen. Er war sehr aufgeregt. Ich fühlte mich ganz elend. Sie fühlten sich elend. Aber unternommen haben sie nichts. Ja, was denn? Hätte ich Scotland Yard anrufen sollen und sagen, irgendwann will irgendjemand irgendein Postzug überfallen? Sie hätten ihren Freund dann zeigen können. Oh, das wäre ja wohl ein bisschen weit gegangen. Sie sind also nicht gegen Raubebefälle, solange Sie von Ihren Freunden verübt werden. Aber er war ja gar nicht dabei. Er hat den Zug verpasst. Absichtlich? Das weiß ich nicht. Aber verpasst hat er ihn. Und dann ging die Sache schief. Jemand hatte gesungen. Drei Mann wurden geschnappt. Ich traf ihn am nächsten Tag. Er zitterte. Er dachte, Sie würden ihn in einen Sack stecken und die London Bridge runterschmeißen. Glauben Sie, dass er Sie verraten hat? Das müssen Sie schon selber rauskriegen. Harry war ein komischer Mensch. Aber auf seine Art sehr lebenswert. Sie hörten? Einer blieb zurück. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Bernd Lau. Nach einem Roman von Margot Bennet. Erster Teil Die Personen und ihre Sprecher waren Sprecher Max Volkert Martens Louis Friedrich W. Bauschulte Young Udo Schenk Wade Hermann Ebeling Hester Ulrike Bliefert Prudence Natascha Rybakowski Moira Ingrid Kehler Joe Horst Niendorf Harry Thomas Ahrens Morgan Rainer Pigula Maurice Christian Rode Jackie Thorsten Sense Marriott Rainer Schmidt Benson Horst Pino Smith Harry Wüstenhagen Murray Rüdiger Lichty Musik Brian Moore Jones Regie Bernd Lau Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Südwestfonds.